Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Ja Freunde, ich bin total aufgeregt. Man merkt das zwar nicht, aber ich bin es wirklich, weil ich bin gerade unterwegs zum Zoll und da hole ich meinen geilsten Neuzugang innerhalb der letzten sieben Jahre ab, weil es ist eine Konsole, die ich seit, ja eigentlich seitdem ich wieder neu angefangen habe zu sammeln, also vor sieben Jahren. Seit sieben Jahren suche ich diese Konsole und ich habe diese Konsole nie in einem Zustand gefunden oder aber in einem Preis gefunden, wo ich jetzt sagen müsste, hey, das ist absolut der Hammer und die Konsole ist auch sehr, sehr selten und ja, wie dem Zufall auch so sei, habe ich dann auf Facebook jemanden kennengelernt, der irgendwie sechs dieser Konsolen in Originalverpackung und neu, also niegelnagelneu rumliegen hat und hat dann gemeint, ja, du müsste mal schauen und dieser Deal hat sich eben über anderthalb Jahre hingezogen, bis dass ich jetzt diese Konsole abholen darf und ich bin wirklich total geflasht, weil es ist, ah, es ist so das Highlight in meiner Sammlung, es ist, ja, absolut ein geniales Teil. Welche Konsole das ist, ich werde darüber eine extra Folge machen, Titel der Folge steht schon mal, nämlich Tom Collection, der Jäger der seltenen Konsole und das werde ich jetzt diese Woche in Angriff nehmen und ich denke, dass ich das Video in zwei Wochen online haben werde. Also, ja, was gibt es sonst Neues? Neuzugänge an Spielen gab es auch, Video werde ich spätestens am Montag online stellen und ja, wenig schlafen momentan wegen meinem kleinen Welpen, also wegen unserem kleinen Welpen und da kommt dann auch mein Hobby viel zu kurz, da kommt YouTube, also alles kommt momentan irgendwie viel zu kurz. Dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen, aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass Privatleben vorgeht. Auch im Beruf habe ich momentan ein bisschen mehr Hektik als mir lieb ist. Auch das, wie gesagt, bitte ich euch zu entschuldigen und auf jeden Fall das Video so als kleines Lebenszeichen von mir und ja, Freunde, wir sehen uns, wie gesagt, ich bin mega, mega geflasht und ja, das war's von mir, Freunde, kurze Info, wir sehen uns, euer Tom.